hallo youtube freunde willkommen zu meinem video erst mal ein gutes und ein triple piece ich war einkaufen aber allerdings war ich gestern einkaufen und heute mache ich das video weil gestern war es zu spät gewesen und habe die sachen wieder zusammen getrommelt und bestelle die jetzt euch vor als erstes haben wir von magi mongole cup curry kann man sich gut hinterschaufeln 10 von zehn hinterschaufelpunkte als nächstes haben wir sechs gute laune brötchen kölner brötchen kann man sich gut hinterschaufeln 8 von 10 hinterschaufelpunkte als nächstes monster energy das ist eistee kann man sich gut hinterschütten 10 von 10 hinterschütten punkte ich weiß bei mir ist alles lecker als nächstes cola max zero kann man sich gut hinterschütten 10 von 10 hinterschütten punkte als nächstes rost bratwurst die sind auch spannende teuer geworden voll wann die 1,99 kosten 3,50 aber egal aber ist trotzdem lecker kann man sich gut hinterschaufeln 10 von 10 hinterschaufelpunkte wenn natürlich gebraten sind natürlich als nächstes so sehr viel currywurst kalt oder warm von magi kalt oder warm kann man sich gut 10 von 10 hinterschaufeln 10 von 10 hinterschaufelpunkte wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ihr das gerne tun lassen aber dann kommentar unten like und man hört sich beim nächsten mal und danke fürs zuschauen ciao